Hallo zusammen! SenseForce steht für die Macht des Fühlens und um genau das Fühlen geht es bei unserem SenseForce Gaming Share. Jeder Gamer kennt das. Der 4K Bildschirm liefert ein tolles Bild, euer Gaming Headset den passenden geilen Sound dazu. Um richtig in das Spiel abzutauchen fehlt nur noch die Dimension des Fühlens. Unser SenseForce Gaming Share ist der erste Stuhl mit integriertem Sound-Feel-System. Stellt euch nun vor, ihr seid in einem Ego-Shooter im Häuserkampf. Überall knallt es und Explosionen sind am Bildschirm zu sehen, aber ihr seid nicht richtig drin, weil ihr fühlt nicht was passiert. Ihr fühlt nicht die Druckwelle der Explosion, ihr fühlt nicht den Schuss einschlagen neben euch. Das ist jetzt mit dem Sound-Feel-System von SenseForce möglich. Der SenseForce Gaming Chair wandelt akustische Signale in Impulse um. Dabei ist das Sound-Feel-System in vier Zonen unterteilt, die Sounds und Töne als Körperschall übersetzen. Wir machen das Ganze über das Audiosignal. Das heißt, du bist nicht abhängig von einer Engine. Wir sind kompatibel zu jedem System. Das heißt, du kannst auf deiner Xbox, auf deiner Playstation, an deinem Computer, du kannst sogar dein Mobilfunktelefon anschließen oder dein Tablet. Angeschlossen wird unser SenseForce Gaming Chair über ein Audiokabel oder drahtlos über Bluetooth. Ganz einfach Plug & Play. Unser Gaming-Stuhl wird mit 12 Volt betrieben. Du kannst unser mitgeliefertes Netzteil verwenden oder du kannst optional das Ganze über eine Powerbank betreiben und bist somit komplett Wireless unterwegs. Unser Gaming Chair wird mit zwei Kissen ausgeliefert. Einmal für den Lendenbereich, einmal für den Kopfbereich. Außerdem ist natürlich das Zubehör dabei. Das heißt, unser Netzteil samt Verlängerung und das Audiokabel. Vor vier Jahren haben wir angefangen, unsere Sound-Feel-Technologie zu entwickeln und haben sie seither in unsere SenseForce Pad Extreme Sitzauflage integriert. Diese könnt ihr bereits seit letztem Herbst käuflich erwerben. Als wir im Herbst unsere SenseForce Pad Extreme auf den Markt gebracht haben, waren wahnsinnig viele Leute begeistert. Speziell die Gamer kamen auf uns zu und haben gesagt, kann man denn das auf einem Gaming-Stuhl legen? Nachdem das jetzt so viele Leute waren, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Technologie und bauen sie einfach in einen Stuhl ein. Wir werden den Gaming Chair im nächsten halben Jahr serienreif entwickeln und wir erwarten, dass wir im September in die Produktion gehen können. Alle Bäcker, die uns bei dieser Kickstarter-Kampagne unterstützen, bekommen natürlich den Stuhl zu einem Hammerpreis.